Ich bin das Zuhause von ganz verschiedenen Tieren und auch atemberaubenden Landschaften. In Safien kann man in der Spensa Sachen kaufen, die hier gewachsen und gemacht worden sind. Bei mir leben die Kühe im Sommer auf über 2000 m, mitten in den Alpenkräutern. Das gibt der Milch einen besonders feinen Geschmack und einen richtig guten Alpkäse. Aber bekannt bin ich vor allem wegen meiner Steinböcke. Zwergenstein im Zentrum der Capricorns finde ich sie ganz einfach. Und wenn du Geduld hast und ein bisschen Glück, kannst du sie bei mir auch in freier Wildbahn beobachten. Das bin ich. Ich bin der Naturpark Beverin. Ich bin ein Bündnerpark. Ich bin der Naturpark. Ich bin der Naturpark. Untertitelung des ZDF, 2020